Seit einigen Wochen ist es offiziell, Anna-Karina Wojciak ist frisch verliebt. Doch jetzt sorgt ihr neuer für mächtig Drama. Kurz nach der offiziellen Trennung von Stefan Mross und Anna-Karina Wojciak wurde die Sängerin bereits mit einem anderen Mann erwischt. Der junge Mann heißt Daniel und scheint ihr Herz sehr schnell erobert zu haben. Und deswegen darf nun jeder dieses Glück sehen. Pünktlich zu Weihnachten zeigt sich die Blondine knutschend mit ihrem Liebsten vor dem Weihnachtsbaum. Doch damit sorgt sie für mächtig Wirbel. Viele Fans sind nämlich so gar nicht davon begeistert, dass sie sich öffentlich so verliebt zeigt. Schließlich war sie zwei Jahre lang mit Stefan Mross verheiratet. Das plötzliche Eheaus und der schnelle Partnerwechsel sind sich ein herber Schlag für den Moderator. Ich weiß nicht, was bei euch schiefgelaufen ist, aber empathielos finde ich das schon, schreibt ein Fan. Ein anderer meint, ich finde den Fotobeitrag sehr empathielos und unpassend. Man trennt sich und das vielleicht auch wegen einem neuen Partner, aber warum überflutet man mit derartigen Fotos die Öffentlichkeit? Anna-Karina scheint dies aber egal zu sein. Sie genießt ihr neues Glück in vollen Zügen.